Bezogen auf Ihren gesamten Lebenszyklus machen die Baukosten bei einer Produktionshalle lediglich 30 Prozent aus. Die restlichen 70 Prozent fallen beim Betrieb an. Jede Unterbrechung eines Fertigungsprozesses bedeutet einen Verlust. Zudem ergeben schlechte Arbeitsbedingungen für Ihre Mitarbeiter eine geringere Produktivität. Deshalb kommt es in der Planungsphase darauf an, das richtige Belüftungs-, Heizungs- und Kühlungssystem mit Energierückgewinnung auszuwählen. Nur so können Sie alle diese Probleme für die Zukunft ausschließen und sicherstellen, dass Ihr Gebäude umweltfreundlich und energieeffizient ist. Hoval Hallen Klimasysteme mit ihrer patentierten Luftverteilungsmethode sind Energiesparmeister. Sie brechen die Temperaturschichtung in der Halle auf, begrenzen den Wärmeverlust über das Dach auf ein Minimum und sorgen gleichzeitig für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr sowie Brauchluftableitung. Dadurch ergeben sich Einsparungen von bis zu 25 Prozent beim Stromverbrauch und Wärmebedarf. Das System ist kanallos, sodass jede Einheit innerhalb weniger Minuten während der normalen Arbeitszeiten instand gehalten werden kann. Darüber hinaus müssen Sie unter Umständen Trinkwarmwasser für Ihre Mitarbeiter bereitstellen. Dies erreichen Sie auf effiziente Weise mit dem Ultragas-Gasbrennwertkessel. Er spart Kosten und verbessert Ihre Umweltbilanz um bis zu 20 Prozent im Vergleich zu normalen Gaskesseln. Weitere 10 Prozent gewinnen Sie, wenn Sie Ultrasol, die flachsten Solarpanels und einen Energiespeichertank einbauen. Und wenn Sie Einheiten dann noch mit Toptronic E, einer intelligenten Online-Steuerung kombinieren, erhalten Sie Echtzeit und historische Informationen zur Systemleistung und Effizienz. Durch die Online-Konnektivität von Toptronic E können Sie weitere sieben Prozent sparen, weil sich die Steuerung je nach Wettervorhersage automatisch einstellt. Hunderte bekannter Hersteller in der ganzen Welt haben sich für ein Hoval-System entschieden. Fragen Sie Sie nach Ihrer Energieeffizienz und uns nach der besten Lösung für Ihre Investition.